Eiskalt. Ich habe nicht mehr gespürt, ob mein Bikini noch da ist oder nicht. Sehr, sehr kalt. Ein vervolles Verhältnis. Aber ich bin froh, dass es durch ist. Wunderbar, wieder einmal. Es ist schon wieder vorbei. Es geht dann auch schnell, wenn man hier wieder rausstellt. Das ist der schönste Moment. Ja, wie wir erwarten, ist das Wasser doch relativ kalt. Aber ich glaube, es ist ein Erlebnis und das machen wir jetzt immer so. Wunderbar, erfrischend. Fühle mich total erholt. Und jetzt hier ein Sonnenbad. Schön. Ja, das sind die Momente, wenn man am Abend nichts Besseres zu tun hat, als sich überlegen, was wir noch anstellen können. Da kommen jetzt gute Ideen aus. Ich mache schon zum vierzehnten Mal mit. Und es war super. Also jetzt wollte ich fast nicht mehr aus dem Wasser rauskommen. Die Luft ist natürlich kitzig, anders als das Wasser. Es ist so warm. Musik